Diesen Teil? Okay, für die Kamera? Ja, ja. Okay, ähm... Ja, klar. Ähm... Ja, warte. Gleich. Sehr herzlich hier auf unserem alljährlichen Kiezfest. Willkommen. Ich denke, das Wetter ist optimal, das Programm auch. I am Match Noon, Match Noon, Match Noon. Ja, und dann möchten wir Sie herzlich aufrufen. Es ist ein wunderbarer Tag und es gibt tolle Stände, es gibt ein tolles Programm. Ähm... Aber es ist einfach so, wie ein Lach. Strain up and fly right. Strain up and stay right. Your time. Fly right! Ja! Wooh! Ich dachte, ich muss noch mal kurz probieren, wie viele Leute habe ich denn vor? Es gibt, wir wählen in diesem Jahr wieder und am Stand Nummer 6 können Sie Ihre Stimme für den Quartiersrat für die Bewohnerinnen und Bewohner abgeben. Wenn Sie in einem der beiden Quartiersgebiete wohnen, bitten wir Sie sehr herzlich, heute noch am Stand Nummer 6 vorbeizukommen und Ihre Stimme für den Quartiersrat abzugeben, denn der Quartiersrat gestaltet dieses Gebiet ganz entscheidend mit. Das Lied über die Liebe gesungen hat, das kennen ganz, ganz viele. Wir haben lange gebraucht, um es einzubinden. Und die Botschaft heißt, dass man... Ja, daran anschließend, es gibt auch noch einen Flohmarkt nach den Sommerferien am 17. September, nicht wahr? Ja! 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 Vielen Dank.